Hm, da stand UND in der Mitte. Ich kann das ja nicht lang lesen, das ist ja viel zu schnell für mich. So schnell bin ich auch nicht mehr lesen. H-Pa-Mits. Echte Maustaste, ein Signal geben. Ah, zum Schwingen des An... ja, keine Ahnung. Leertaste drücken, um zu schwingen. Ah! Du Pest zupacken. Soweit, so gut. Bereit? Okay, Angeber, du bist da. Bäm, geschafft. Nochmal. Noch einmal, los geht's. So. Boah, ich dachte, ich muss jetzt nochmal dieses Ding machen oder so. Wow. Scheiße. 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 Boah. Alles okay? Ja, alles klar. Hohoho. Dank dir. Alles frei. Kaum mehr als ein Rumpftrupp. Wird ein Kinderspiel. Sei kein Idiot. Warum? Was hat der denn gemacht? Nicht Raul Menendez. Sala-Zah. Seine Anhänger. Ah, Sala-Zah. Ey. Der Kord ist dir ja eigentlich genau. Hört sich richtig gut an. Sala-Zah. Hört sich richtig gut an. Sala-Zah. Kann ein L weg und ein R dahin. Nein, Sala-Zah. Ich spüß fern. Geil. Was machen wir jetzt? Wow. Kleine Fledermaus werden wir jetzt. Ah, okay. Ah. Mann, bin ich gut. Alter, man denkt hier, man fliegt da gegen die Dinger direkt hier. Ah. Ich dachte jetzt hier, setze Fallschirm eingesetzt. Wie, ich hab mich von der Flugroute entfernt. Ey, das kacke ich hier auch ab. Ist doch zu glauben. Ja, ich bin hier zu weit zu... Ja, ich bin halt gestorben. Geil. Also wenn die Fallschirm eingesetzt, setze ich auch meinen Fallschirm eingesetzt. Keine Ahnung mehr hier. Setze Fallschirm eingesetzt. Setze Fallschirm eingesetzt. Ich glaube, das war... Oh, ich dachte jetzt. Alles okay? Sala-Zah, Crosby, Sala-Zah. Sala-Zah, Crosby, habt ihr die linke Sala-Zah? Es gibt mich immer noch der Name Sala-Zah. Abgedeckt, auf dein Kommando. Richtig lustig, der Name. Oh. Hä? Hier, Harper. Komm. Der Feind will das Einsatzgebiet verlassen. Anweisung? Wir brauchen Info über ihre Möglichkeiten. Hä, warum ist das jetzt... LOL. Die sind ja unsichtbar. LOL. EMP-Granate. Was war das nochmal? Das habe ich mir selber mit meiner EM-P-Granate getroffen. Was? Näh. Ey, schon wieder. Mann. 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 Ich weiß noch nicht, was von meinen Granaten die EM-P-Granate war. Figaro, Figaro. So. Da ist jemand. Wie viele sind denn da noch? Alter, ich treffe den nicht, ne? So, kurz Munition holen. So, wieder hier runter. So. Das war meine Freunde korrigieren. Oh. Oh. Das ist ein Punkt. Was ist Christoph, der hat noch die Sache? Die Red voraus. Drohne startet. Wir dürfen sie nicht abheben lassen. Wir werden sehen. Ja. Ja. Oh, der hätte ich nicht. Ja. Okay, legen wir los! Mann, oh Mann, ich bin das gemein. Hey, war doch gerade eben jemand. Was ist das denn für eine lollige Waffe? Oh, tschü tschü tschü! Hä? Sie wurden der Explosionsfass getötet, rote... Ich sterbe so oft! Oh, da habe ich mir vorderlich wieder angeschossen. Oh, da habe ich mir vorderlich wieder angeschossen. Sie ziehen sich zurück! So, der Nächste. Noch irgendwo? Nee. Ich sehe alle hinter der Wand. Los, los, los! Wieder hier rein gehen. Ist da hinten noch jemand? Außer der da. Sonst ist hier keiner mehr, oder? Ah, ich finde diese Lisee einfach nur lol. Kann ich doch durch hier... Nee. Ich bin immer dadurch wieder angeregisch. Ich bin dann auf die Barsche! Ja, mal bitte! Aaaaaaah, nur mal kurz. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Na, mal bitte. Wie ist das? Da, leDIA. Wo ist das? ... ажу... Nein, dahinten ist irgendwie keiner mehr. Okay, doch. Scheiße, die Faschissen und Geschütze kontrollieren das Gebiet. Ah. Ah, boof. So. Sie wurden von einem Explosionsfall getötet. Ne. So, da habe ich keine Lust mehr drauf. Hoffentlich bin ich jetzt nicht ganz am Anfang. Na ja, gut. Ich weiß jetzt, wie die lahmgelegt werden können. So, noch ein EMP rein. Scheiße, sie mit einem EMP aussetzen. Wir sind um uns herum. Wir sind um uns herum. Und so, eine neue Waffe habe ich jetzt. Hä? Ja, komm, ich habe die Dirk die ganze Zeit ausgeschaltet. Mann, da verlieh ich doch meine ganzen Granaten noch. Ja, komm, rennen. Anstatt stehen zu bleiben. Anstatt stehen zu bleiben. So. Schalten Sie mit einem EMP aussetzen! Ich muss uns nach vorne antreten. Oh ja! Ja, komm, rennen. Nein, ich hab mich selber mit... Nein! Ach, das sind Explosionspfeile. Äh... Hätte mir auch jemand sagen sollen. Mann! Warum töte ich mich mit meinen eigenen Pfeilen die ganze Zeit? Mit meinen eigenen Pfeilen töte ich mich. So, diesmal nicht. So, auch tot. Alter, warum komm ich hier nicht hoch? Ah. Ach, ohne dieses Visier kann ich auch leben. Zerstören Sie die... Sieh die... Oh! Geht's wieder? Geht's wieder, Salazar? Falsches, falsche. Ja, schießt auf... Schießen die auf mich Pfeile? Haben sie es noch? Die schießen auf mich die Pfeile! Hey! Das glaub ich jetzt gar nicht. Geht's wieder. Hier ist eine Sektion. Oberflächeninstallation ausgeschaltet. Rücken vor, um Sekundärgebäude zu untersuchen. Gähos. Das war's.